Es ist schon eine geile Bucht einfach hier. Los geht's, guten Appetit! Ja, das ist jetzt mein rumanischer Freund. Hallo! Hallo! Wie geht's dir? Mein Name ist Vikentios. Bereit? Ich will mich wie auf dem Goldenplatz. Felix, es ging uns schon schlechter. Schau dir das mal an, wenn wir unseren eigenen Strand... ...sie zu können. Ich will mich mit dir über den Berliner Häuschen. Ich will mich mit dir bein. Ich will mich mit dir selbst. Oh, oh, oh. So, jetzt müssen schon die Hufe das erste Mal neu beschlagen werden. Da ist so eine spezielle Technik, oder? Mh, saugut. Stark, hm? Simeon Petras, da ist es. Und da hinten ist der Athos in den Wolken. Wenn man sich sowas erwandert und nicht bloß wandert, Felix. Ist geil, wenn man sich sowas erbaut. Und nicht bloß baut, oder? Der Wasserhahn kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Begrüßungsritual mag sein gut. Ja. 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 Da unten ist eine Spur gespannt zu der Glocke, wenn sie unten die Tomaten fertig haben, um sie direkt in die Küche rumzufahren. Na Felix, wie hast du denn geschlafen? Besser als heute Morgen. Frühstück ist gesichert, oder? Das ist jetzt zu geben im Mittelmeer, oder? Warum ist der Geist? Felix hat uns gerade noch Brot besorgt. Das hat ihn jetzt gefreut. Was hast du gefragt? Echetebsommi oder was? Genau. Und dann? Dann hat er mir das besagt. Dann habe ich gesagt, effja res doch. Und dann bin ich wieder gegangen. Es hat ihn gefreut. Das hat ihn gefreut. Das hat ihn gefreut. Das hat ihn gefreut. Das hat ihn gefreut.